Hey, mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Spotlight-Video. Spotlight, das bedeutet, wir reagieren auf YouTube-Videos, auf Songs, die uns einfach total inspiriert haben. Knacke ich Spotlight innerhalb von einer Minute, stellen mir dir kurz das Video vor und sagen dir dann noch so ein bisschen was dazu und hoffen, dass sich das auch inspiriert, mal in die Videos reinzuschauen. Ja, und heute möchte ich dich mit hineinnehmen in ein Interview, was mich sehr inspiriert hat. Und zwar wurde das geführt mit Thomas Enns, der war mal DSDS-Kandidat, bei Deutschland sucht den Superstar nämlich Kandidat und hat dann noch eine Band gegründet, Könige und Priester. Und er macht mit seinem Bruder so eine Missionsarbeit in Deutschland, die nennt sich Base, vielleicht kennst du das auch. Und er hat was echt Krasses mit Gott erlebt. Und zwar war er in einem Findungsprozess, er hat Gott nicht gespürt und hat immer wieder Gott gebeten, dass er sich ihm zeigt. Und dann hat sich Gott ihm tatsächlich gezeigt und ja, ist wie so eine Wolke über ihn gekommen, so beschreibt er das mal mitten bei einer Autofahrt und hat zu ihm einen sehr entscheidenden Satz gesagt. Und zwar, Thomas, ich habe dich nie fallen gelassen. Und das hat etwas mit Thomas Enns gemacht. Lass uns mal rein starten in das Interview. Was hat das mit dir gemacht, dieser Satz von Gott, dieser Moment? Der Satz hat viel mit mir gemacht. Und das finde ich so krass bei göttlichen Begegnungen. Das sind zwar Millisekunden, aber sie eröffnen so ein großes Bild. Zum einen, dass er wirklich meinen Namen gesagt hat. Das heißt für mich, er kennt mich durch und durch. Er kennt meinen Namen. Er weiß, wo ich bin und wo ich hingehe, wo ich herkomme. Und das Zweite ist, wenn er sagt, er hat mich, Thomas, ich habe dich nie fallen gelassen, dann heißt das für mich, er hat mich nicht fallen gelassen. Er verändert sich ja nicht. Er bleibt immer gleich. Er sagt von sich selber, ich bin, der ich bin. Und bis zu meinem letzten Atemzug weiß ich, dass er immer bei mir sein wird. Und deswegen, das hilft mir, ihm blind zu vertrauen und auf Wasser zu vertrauen. So viel erstmal zu diesem Interview und das, was jetzt noch Thomas Enz erlebt hat, nachdem er diesen entscheidenden Satz gehört hat. Weißt du, mich hat es einfach inspiriert, mich daran zu erinnern, wo hat Gott sich schon in meinem Leben mal gezeigt? Wo habe ich vielleicht schon mal die Stimme Gottes gehört? Okay, Gottes Stimme hören ist ja mal so ein Riesentopic unter uns Christen, unter uns Christinnen und Christen. Und ich habe auch so Momente, wo ich sagen muss, okay, da hat Gott wirklich in meinem Leben geredet. Da durfte ich Gottes Stimme hören. Und ich möchte dich ermutigen, dass du einfach auch noch mal bei Gott nachfragst. Okay, was möchtest du in meinem Leben tun? Möchtest du dich mir zeigen, hey, dass du wirklich auch nicht aufgibst, ja? So wie Thomas, immer auch wieder bei Gott nachzufragen, nachzuhaken. Denn er möchte sich uns gerne zeigen. Und natürlich müssen wir alle Worte, die wir hören, auch immer anhand der Bibel prüfen. So steht es auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, genau. Prüft aber alles und das Gute behaltet, gerade in Bezug auf prophetische Eindrücke von Gott. Aber lass dich einfach heute ermutigen, durch das, was auch Thomas erlebt hat. Gott redet noch heute und du darfst darum ringen und dich auch auf die Suche machen, nach dem, was Gott in deinem Leben vorhat. Denn er hat etwas sehr, sehr Gutes für dein Leben geplant. In diesem Sinne, sei ermutigt und stay on fire! Ja! 乾 הנ! Ja!